wer shakes und fidget kennt da habe ich damals auch mitgespielt und da hieß ich mein charakter mit grünen haaren ich weiß nicht hat einfach bock auf irgendwas anderes hattest du also eine identitätskrise einfach nur so ab und zu bei ender ich ja mal so wenn ich auch vielleicht nicht wieder erkannt werden möchte für den vielleicht mit namen dann endlich dann einfach einen namen um dann zeige fand ich eigentlich ganz nett gerade ein paar fps probleme hier ist jetzt ein bisschen anstrengend für meinen rechner gerade ziemlich langsam ich finde das blaue gebiet war immer das heftigste nicht dass das rote blauen gebiet gibt es die ganzen bäume noch das gibt es hier im roten gebiet gar nicht mehr wenn das direkt vor ort 100 party 100 haben wir gucken liebe harley 75 130er rollen wir nicht dass ich das alles mal ausgestellt das sehe ich gar nicht der kacke ist gut ja jetzt voll hübsch habe ich irgendwas in der tech was ich mit dem geben kann ja hier ich gebe das hier und nein ok hat sich er hat erledigt mein spiel hat dann durch durch meinen pfeifen angegriffen das land hatten wir gehabt gibt sich hier ist noch einer und der ist aber auch ein greifen hast du hast du ruhig blut baby spidey blut ich überlege mir gerade was ich machen kann dass es nicht so heftig fps drops gibt hier dem gebiet müssen doch ich glaube ich gar zu wissen ich habe aber das gleiche dazu also ich habe auch genau in den gleichen hier ist ein schäfchen gleich mehr lex und andere wieder weniger ja es ist einfach war immer schon so die probleme hat das spielte immer schon diese probleme gehabt immer und immer in diesen gleichen in diesen gleichen gebieten dass das ich habe mich aber das hätte ich ja nicht mitnehmen können doch ich habe noch kurz und das gruppe uns welche hergestellt noch ok und hat 35er schlange ich habe zwar nur zwei aber zwei ist besser als keiner das wäre ein kacki käfer vielleicht ist der von level ein bisschen downer lower ich habe mich selbst gekillert was ist mit dem mit dem megalo hier was hat der von der der von level ein bett mehr stehen wir machen wir bei tiger auf der tiger einmal kurz zum ausleihen bin beschäftigt was tun wir mit dem arm essen weil er mich mein haus schubsen wollte dankeschön ich werde mit dem list oder los sei gar coole bei sie bringen auch was mir liegt irgendwo ein hunderter baby rum das ist immer noch gleich da wenn ich den krieg kriege jetzt mit dem blauen adern genau ja auch pass auf das sind da waren immer die bösen sachen das kann hier kommen pülse und hier sind pülse hübsch und voll gefährlich hier mal das baby das baby ist noch einmal das ist dafür zu fuß was doch das waren das da ist ein megalo hinter uns nicht ehrlich gesagt übertrieben also es ist echt übertrieben und deswegen gibt es auch diese ganzen probleme denke ich mal aber sieht echt gut aus das gibt es ja was haben wir dabei warum also danke bitte gleich zurück sind total schön aus weil die so unterschiedliche farben auch noch schlimmer die frage ist du stehst du bist gerade auf dem bösen pilzen drauf ne 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 dann nur der da oben ist böse okay nur der leicht lila, ne pass auf blaue pilze essen 6 braune pilze meinst du ne ne die folgen mir dann wirklich ne die blauen die pilze brauchst du die blauen Sekunde, ich hab keine. Ich bin jetzt ein Pfeif. Hier, guck und hier. Hey, mir geht's aber voll gut. Nee, was? Folgt er mir? Moment, wohl, die ist wieder aufgenommen. Gucken, folgt er mir? Folgt mir nicht. Ist das nicht gereicht? Ich mein, er säuft dir, glaub ich, an den, ne? Nee, du kriegst dadurch sogar Wasser wieder. Nee, nee, nicht an den Pilze, meine ich. An den, an diesem, an diesem Effekt. Wow. Ich bin aber immer noch drin, in dem Effekt. Dauert noch. Ja, ist weiter, ist weiter. Du musst mehr Punkte in Gut haben, als in Böse. Na ja, gut. Also, Ravager folgen einem nicht mehr auf die, auf den Dingern da. Party, 100 Party, 100 Petro, 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 Petro. Ich wollte schon immer hier schlafen. Ich hatte gerade eben da unten, ich hab das echt wieder total vergessen, wie das nochmal funktioniert. Ich hatte gerade alle möglichen Effekte da unten. Negativ, positiv, positiv, negativ, alles mögliche da. Ich hab gerade nicht verstanden, was ich da gerade gesehen habe. War alles zu viel. War zu viel für mich. Ich bin noch neu in Art. Deswegen wirst du ja auch glatt umgefallen. Das war umwerfende Erfahrung. Ja. Du musst Babys beide wieder aufheben, ne? Nicht vergessen. Let's go. Du bist noch nicht zufrieden gewesen. Was suchst du für ein Megalosaurus? Na, garantiert nicht unter 50. Eigentlich nicht unter 100. Okay. Was hatten wir jetzt bei welchen gehabt? 45 war der größte. Und der jetzt hier? Der war 20. Was ist der andere jetzt? Hier geht es wieder, seht ihr das? Hier ist wieder die FPS wieder wunderbar. Das ist hier oben einfach. Hier oben ist einfach die ganze Ecke voll übermüllt. Mit allen Zeugs. Denkt gerade nicht ganz zu weit runter. Da unten kommt Radioaktivität. Wer hat denn hier unten nochmal gebaut? Ich glaub, die Ruffy hat doch irgendwo in so einer Ecke hier und so einem See gebaut oder so, ne? Benny mal. Benny? Also das letzte Mal, wobei schon hat Benny an einem See gebaut. Direkt bei dem Dungeon-Eingang in der Nähe. Ich hab die falschen Feelings gebaut. Hey, das macht's da. Können wir da oben drin? Hier ist nix mehr. Aber oben dürfte jetzt neues Zeug gespawnt sein. Na toll. Endlich, wenn ich mal wieder FPS und ganz normal habe. Wir drehen wieder um. Wir gehen wieder durch den Mist da oben durch. Das ist ein Anki. Egal, ich komme. Die waren doch damals nicht so extrem weiß. Die Bäume. Sieht nicht schön aus. Das bricht ja nicht dein Revenger vorbei. Das ist weiter. Wie heilte ich den halt? Guck mal hier. Ein hunderter Kacki Käfer. Ich hab mal die Namelesse alle hinter mir her. Alle in ganz Rode. Aber wie viel kommt die Mama? Elf, zwölf, dreizehn. Das sind ein paar mehr, glaub ich. Das sind ein paar mehr. Komm her, ja. Wo bist du? Das ist weiblich. Das ist weiblich. Tiger, die haben vielleicht gerade zusammen gegen den 80er Bär gekämpft. Wunder von der 50er Nameless. Die zwei. Also hier bitte sehr. Der hat jetzt gut XP gemacht und sowas. Ja, ich hab drei Nameless-Gift. Wie wär's mit Drachen? Ich hab vier. Nameless-Gift. Ja, okay. Ich war auch gerade dabei. Nameless-Gift. Doch ganz leicht Nameless-Gift, Mann. Nameless-Gift. Ist alles viermal schnell hinterher. Nameless-Gift, nameless-Gift, nameless-Gift. Nameless-Gift. Mach ich auch. Nameless-Gift. Nameless-Gift. Ist ein Loch. Ihr müsst das einfach schneller abspulen bei YouTube. Dann geht das. Äh, welche Einstellung macht hier die Lichtes korrekt? Irgendwas mit Effekt. Irgendwas mit Effekte. Äh, keine Ahnung. Einmal alles auf episch. Frag den Heiko, der weiß besser Bescheid. Einmal alles auf episch. Beim Ehep ist das noch oft immer alles auf episch, dann wir zurück auf medium und dann ist manchmal perfekt. Und dann stelle ich sie wieder auf episch, dann ist es wieder perfekt. Oh, guck mal, da ist ein einziger Revenger-DB. Aber jedes Mal wieder raus. Ja, da ist es doch. Nö, ich starte das Spiel nicht neu, jedes Mal. Gut. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, Dodo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und welches war's? Sehr toll, sehr gut. Welches war's? Nee. Ich hab denn das Baby-Diplo gefunden. Den hättest du ja auch fressen können. Nein, der ist 102. Mit dir red ich doch gar nicht. Oh, das ist ja ganz schön neunziger. Nein, der hier ist der neunziger. Oh. Effekt-Quality, danke Heiko. Also ich weigere mich, den Kleinen mitzunehmen. Ich hab auch Effekt-Quality runtergemacht, das ist auch mal viel heller geworden. Oder ist grad einfach da gehören. Ja, ich nehm die einfach, ich nehm die mit. Äh, wo ist mein Vieh? So, hab ich's gepackt. Hä, steht vor mir, ich seh's einfach nicht, ey. Das ist so, also die Revenger, die seh ich überhaupt nicht mehr, wie die. Ja, weil jetzt auch leuchten. Die sind getarnt. Er hat ziemlich ne Fackel ansteckt, dann siehst du ihn vielleicht besser. Ich ne Fackel im Po. Ja, Mexiko. Ja, dann ist er dunkel, würd ich grad sagen. Und immer wenn er furzt. Ich lasse hier, ja? Ist das okay? Guck mal hier. Ach, hör doch mal auf damit, Vieh. Was hast du gesehen? Eure Viecher aufzuneckern. Oh, Bibi, 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 Schaf. Ähm, ich tu die Revenger hier reinpacken und und. Oh mein Gott. What? Ja, mach das, Dex. Ich glaub, das ist okay. Ach, guck mal, wird man noch antworten. Irgendwann. Wo sind die denn überhaupt, diese blöden Viecher? Kommen die mir denn hinterher? Fünfvoller Rabenvater. Hä, wo sind die? Hä? Ich hab die Augen gezämmt. Komm doch mit. Wo sind die? Hier. Ich seh die nicht, die sind zu klein. I'm the bad. Wom kommt, folgen die mir denn nicht? Machen sie aber, die sind nicht die schnellsten. Ach, die folgen ein Tier, deswegen. Ja, ist okay, das könnt ihr ja. Sie sind auch zu doof, das zu machen. Boah, die Wegfindung total Bananas. Komm hier zur Amelette. Oh, einer kommt. Banana! Banana! Wo ist der andere? Wo kommst du denn hin? Der kommt noch? Bin links, naja. Jetzt gechillt, ja? Er hängt da links außen an der Ecke fest. Hallo Gamow. Na egal. Falt mal kurz ab. Falt dir mal. Dankeschön. Hier steht aber kein Futterdruck. Nö, aber das reicht, wenn ich hier sechs Tonnen Fleisch reinschmeiße, reicht das vollkommen aus. Kannst du hier einen Futterdruck stellen? Sind deine Spinne, was hängt da? Nein, natürlich hat er das nicht. Ähm, doch. Habt ihr noch nicht gesehen im Stream, da war kurz Stromausfall. Sag das nicht so laut. Nö, ey. Doch, da ist die Stufe nicht hoch. Die Tee muss ich eigentlich für Megalania sind die ersten Lila-Gebiet, ja, oder? Was ist die Megalania? Ich glaube, im blauen auch schon. Was ist mit Megalanias? Ich möchte die haben, ich möchte diese Staffel mal ganz viel spielen. Ja, auch süß. Ich möchte Rockdrax und Reaper und Biber und... Ich möchte einen Döner. Ja, ich auch, bitte. Finde ich nichts essen. Der hatte Dax. Der hatte Dax. Der hatte Dax von 115. Der hatte Dax von 115. Wo? Fass, wo? Wo siehst du den denn? Ach, nicht, keine Spinne. Kosten, Kosten, hast du nicht ganz Fassmo gesagt? Ich hab Mambo verstanden. Ich hab auch Mambo verstanden. Mambo Nummer 5, oder? Wow. Das ist ein Level, ey. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Gut, dann Nachbarin. Schmeiß ich hier rein, wer sie auch braucht, das soll sich eben abholen gehen, wenn das nicht... Okay, süß. Dann nicht. Aber den Kacki Käfer. Den tue ich hier reinlegen, solange. Vor der... Irgendwie gehen die Türen so langsam mal auf. Da denke ich mal, die geht nicht auf, dann drücke ich nochmal, dann mache ich sie wieder zu. Ja, ja. Ist das so, oder ist das... Ich glaube, es ist ein D. Wow, meine Spidey ist Level 16. Wollen wir tauschen, Akuma? Nein. Warum nicht? Sag mal, eine gute Freundin. Man opfert doch auch mal was. Meine ist schöner. Nicht vom Level, aber so. Kurz Lila geteatet. Meine ist Lila. Okay. Mega Lola, wie sind wir denn hier? Besser, dass du mal doch auf ein Licht hier wechseln, Dex. Ja. Derft langsam, ne? Oh! Was? Waaah! 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 Was? Warum nenne ich was? Weil du Mambo gesagt hast. Hab ich? Achso. Ah! Es ist Mambo number 5. Warum bin ich in Singlaune, kann man das mal für einmal sagen? Deswegen ist der Benni ja gegangen. Ja, wahrscheinlich hat es gerochen. Ist das Ding jetzt an oder ist es aus? Also habe ich ihn jetzt aus oder angeklatscht? Ich habe keine Ahnung, ob ich das Licht anhabe oder nicht. Siehst du, dass ich das Licht anhabe oder habe ich es aus? Bei mir leider von den Effekten sieht man es leider nicht. Klatsch mal. Ich hab das nicht auf die irgendeine Taste gelegt. Jetzt ist es aus, ne? Jetzt ist es aus. Okay, dann mach es eben doch an. Okay. Ja, 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 ja. Oh, das ist ein Megalosaurus von der linken Seite, ist das? Das ist Level 5. Warum auch nur platt? Oder reden wir von dem Deichen? Wo bist du hin? Ich bin noch hinten, hinter dir. Ich mach grad ein paar Sachen weg. Ich bin noch hinten. Hier ist einer. Da. Ich versuch da hin zu pinken, aber schau ich nicht. Da hab ich eine Saat gegessen. Ja, da ist Level 5. 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 Ich brauche ein Schwert. Da kann ich das Skin drauf, den Skin drauf schmeißen. Tito. 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 Hallo, hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Oh nein, eben, das habe ich wall de rickegel im Administrat ausgestellt, da ist immer die Partike GORDON. Ja, das hab ich gar nicht 2. Mal dann auch bemerkt, dass es mit den Partikeln dann doch zu ... Ich habe leider ein paar Effekte ausgestellt, man sieht bei mir, die sind nicht Kegel nicht wirklich. Irgendwie ist dann alles so ein bisschen doof. Was haben wir da unten für Einer? Mega level 9 mit der SENA-Baby. Hmm. das hat eben jemand gesungen country road ja das leckte ein bisschen hier bei mir mal diese bäume alles hier ich habe wieso ich habe keine lutsch pflanzen samen mehr du hast du hast übrigens noch eine pflanze vorne hier will ich ja bauen du hast jetzt mal aufgebaut weiß ich ja 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 ich würde sie mitnehmen kann kann eine kleine ich bin ich ja ja ich will ich mir sofort mal ich war ja ja ich mache jetzt wie sie muss ich dir so um wiederum habe ich warte das habe ich die ist ja vom level jetzt tausend mal besser so ein schaf hier und hast du was kröpelt nicht mehr aber ich kann sie im maul hin zur base dahinten tragen ach so ich kann das scharf auch hier kurz lassen und dann ja ich nehme die einfach alle bitte und bringe sie zu dir rüber und kämpft du siehst du alles da rein dass du schaff ich ist klein wie vor einig das hier das ist echt hier eigentlich recht schade so diese ganzen die ganzen war bei aberration bei mir immer schon so immer wenn ich aberration gespielt habe hatte ich ihnen nicht den passenden rechner dazu und die ganzen effekte ich kann sie zwar sehen aber es ist wie doch ein bisschen schade wenn dann wenn man sich ein bisschen mehr dadurch quält der arme rechner das war ja eine tolle ja war nicht viel los ja ich weiß einfach mal voll folgendes akku mal ich verziehe mich jetzt mal nach hause nein 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 stopp 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 warum nein nein du nicht keine zwei die war noch an sich an ach so die sagen könnte man hier guck mal hatte so eine lutsch pflanze wie und diese nennt wie sie wie wir sie immer genannt haben an der lutsch pflanze und das macht jetzt gleich tut die gleich ihren komischen stengel reinziehen und trotz dann so eine samen raus und das ist der sam immer noch ein pflanzen kann und dann kriegt man leuchtgranaten kommen jemand für die je links achtung achtung jetzt macht sie gleich dauert mal ein paar sekündchen paar minütchen und dann rotze die lutscht pflanze wo ist ein deckchen hier immer noch bei der lutsch pflanze genau da wo sie jetzt achtung und schnell wo akku mal kommt also wenn ihr akku mal auf dem server habt schnell schnell fahren ja nicht so schlimm bin ich gar nicht wohl und man denkt ich habe das gefunden müssen wir das haben das ist low level aber ich frag trotzdem mal das level keine ahnung und 30 was genau ich habe diese essen ja genau ja ja fängt wieder an ab da ist es würde ich habe sagen aber ich muss nur wieder von machen wo die bilder einstellen ändern was wenn das wenn ich licht flackern habe weil ich am c heute sitze und da ist noch einstellungs für operation und jedes mal wenn ich was ender halt diese komische grafiksetting also ich bin wirklich mal nach hause akku mal ja also da nicht so ist nicht zu mir du kannst ruhig hier bleiben muss nicht ganz weg mit mir zurück trennen ich habe hier noch nichts gebaut ich habe ja noch nichts ich lasse das schaf sowieso hier und gehe jetzt mir klein zwei die ist klein wie es keine kleine feine wenn ich ein spinn welches denn von den allen kleine feine die waren seit 70 jahre 16 die schöne lila die wir nicht tauschen wollte ist man kann nicht oft genug tito sagen bitte wieso kommt denn jetzt hier die 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 nehmen das aus braucht durch neue mensch akku mal meinte ihr scharf ist aus habe ich gesagt dann mach halt süß sauer das ist nicht mein scharf gewesen und das ist so witzig ja es ist danke nur noch ich bin gerade gegen neben das am kämpfen weil mein schefin keine gute batterie hatte bei wisch gekauft scharf bei wisch gekauft so welches ist jetzt wer jetzt leck mich doch doch verschwindet ich kann auch leuchten oder die spinne nicht glaube ich hat immer hat irgendjemand hat es mal geschrieben aber ich habe keine ahnung das meine ich auch an der beschreibung gelesen aber dann weiß ich nicht wie hallo wo warst du einen guten witz hast du verpasst ich kann ihn aber gerne wiederholen für die danke ich guck mal ich fand den gut welche war das akku mal gesagt ihr scharf ist auch gesagt dann eben auch süß sauer ach jetzt habe ich dann mein gott jetzt erst verstanden ja davor habe ich den ich habe überlegt was will sie denn mit dem schaf was habe ich damit nicht sauer was will sie jetzt sauer essen oder was wenn er ein schulter theater oder die spinne dann kann er den käfer eigentlich gar nicht in die hand nehmen weil denn schon der schulter ja ich würde hier von spinnen bearbeitet wie sie dieses schöne gebiet kaputt gemacht haben mit den dingen schwingt ein ding ding an ja ich bin aber auch wirklich nur da ja mann wenn ihr viel mehr habt seid ihr so nur noch am loben nee das sind wieder so gleitviecher ey ich will das nicht aber rockdrakes haben wollen ja weil die cool aussehen ja ja die längste sehen auch auch cool aus ja aber 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 rockdrakes ich finde bei den notschwanzen das ist immer so ein ruhespot da möchte ich nicht behelligt werden von irgendwelchen fliegende dingen nein schwingt ein ding 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 muss da überall rum ballern nee diesmal lass ich dich im leben da war es aber nicht ein ziegerich war das meine base wird schön ich mach jetzt auch mal ein bisschen in der base ein bisschen weiter ich muss bauen hier einfach mal danke für die tour auch wenn das mit dem naja du hast einen kleinen bei sie und eine spinne und noch eine spinne und die ich bin anders bin habe ich da gelassen und sowas aber das ist okay dankeschön wenn du was gefunden hast sagst bescheid dann komme ich dir helfen wenn er helfe brauchen sollte es überhaupt Moment und wenn ich jetzt hier wenn ich da jetzt so also ich bin jetzt ja nett aber bulbdog ist einfach der Hammer es gibt nichts guck mal guck es gibt nichts nichts über so einen bulbdog guckst du dir den mal an mega einfach toll gingen genauso aus wie die Hunde physische Bulldogge nur dass die wahrscheinlich besser atmen können ja richtig ich wollte dann im chat an aber es gibt ja zurückzüchtungen inzwischen ich glaub die äh alte form wird auch verboten oder irgendwo sind die teilweise schon verboten ja aber es gibt immer irgendwelche Leute die das haben wollen ja ich weiß ach Woldern ach Woldern oh Gott Woldern oh Gott was müssen mit dir los Woldern alles gut bei dir was ist das gerne ist dir gut gerne ist dir gut gerne ist dir gut ich war dir gut oh wir hatten den als Emoji gemacht der Kai okay ne gute Sache oh wie cool ich hatte die LDE zuerst aber Dex wollte das nicht ja wir hatten das vor Ewigkeiten schon mal gehabt ja das heißt ich hab das vor skizziert aber da hast du gesagt ne ne ich glaub wir hatten da war die Überlegung sollen wir das jetzt das oder weil wir hatten ja damals nicht so viele Slots frei und da war die Überlegung soll ich das jetzt nehmen oder was anderes nehmen was sollen wir dann nehmen und dann haben wir das hab ich mich dagegen entschieden ja aber wir können den immer noch schöner machen als den da unsere unsere sehr guten animierten Emojis die sind ja sowieso das nonplusultra von allen anderen hier gibt keine bessere besseren